Bevor ihr euch das Video anschaut, nehmt es nicht zu ernst und viel Spaß beim Anschauen. Peace, peace, peace. Und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ist heute gutes Wetter. Also drehen wir wirklich ein Video draußen. Oh, wie shit, alter. Heute machen wir was ganz Innovatives, was es auf YouTube so noch gar nicht gab. Und zwar... Wenn ich du wäre. Wow. Wir entscheiden jetzt, wer anfängt. Xing, shang, shang. Ja, man, gewann. So, dann fangen wir mal an, ne? Du siehst doch da hinten die Rutsche, ne? Die rote. Trink mal da aus der Pfütze. Spaß beiseite, Leute. Heute wollten wir mal ein ernstes Thema ansprechen. Und zwar... Ihr wisst, haben wir ja schon ein paar Videos auf unserem Kanal. Eigentlich haben wir uns ja noch nie richtig vorgestellt, ne? Nein, Pullover. Ich bin Thomas, 20 Jahre alt und komme aus Kloppenburg. Ich bin Marcel, 16 Jahre alt und komme ebenfalls aus Kloppenburg. Und wie es der Zufall will, sind wir beide Cousins. Hm, Kloppenburg? Entschuldigung, Sir. Kennen Sie Kloppenburg? Nein, wer ist das? Kloppenburg ist meine Stadt und ich könnte sie ja mal rumfilmen, wenn sie mögen. Ja, wieso nicht? Dann zeige ich euch mal meine Stadt. Ich bin Marcel, 16 Jahre alt und komme aus Kloppenburg. Ich bin Marcel, 16 Jahre alt und komme aus Kloppenburg. Wir sind jetzt in der Innenstadt angekommen und Kloppenburg ist ja für die freundlichen Gesichter, die einem entgegenkommen bekannt, das wollen wir mal unter Vorbeistellen, ne? Moin. Hallo. Wie ihr sehen könnt, hat Kloppenburg auch viele Freizeitaktivitäten für Kinder parat. Moin. So, erstmal eine kleine Stärkung. Alle Kloppenburger sind sehr fitnessbewusst und achten auf ihre Ernährung und auf ihre schlanke Linie. An jeder Ecke ist hier ein Fitnessstudio und die sind brechend voll, wie man hier sehen kann. So, wenn euch das folgende Format gefallen hat, lasst uns noch eine Bewertung da. Um immer auf dem neuesten Chat zu bleiben, abonniert unseren Channel, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Hast du noch ein paar letzte Worte? Folgt uns auf Snapchat. Alles klar. Lass mich sagen. Peace. webinar. Bis zum nächsten Mal. examples ?